Wir haben doch eine Hello Kitty, wir können doch nicht jetzt Pokémon spielen, das passt doch gar nicht. Ey! Wir spielen was anderes! I'm so sorry! Doch, 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 ja! Dankeschön, das war's. Das ist der Pokémon-Flug, ey. Irgendwie geht's nix mehr, bei uns. Dankeschön, das war's. Geht sonst nix mehr da früh? Ja, das ist ja der Saft ausgegangen. Wir haben keinen Saft mehr. Sorry, sorry, sind sehr, sehr leicht. Aber es war trotzdem sehr schön mit euch. Sorry für den blöden Abgang, aber ihr habt ja eine Hello Kitty da hängen, die könnt ihr noch fünf Minuten angucken und dann kommt die nächste Zeit. Vielen, vielen Dank, sehr schön mit euch. Tschöööö. Hau an der Öffne Saisonindustrie, wir haben doch Ärger von RTL3 bekommen so. Sack, danke schön!